Was ist die Sparte Netzwerk, die Königsdisziplin im Bereich Karriere, komplettiert das FACE-Konzept? Doch wie netzwerke ich als Student oder als Freiberufler? Das FACE-Konzept erklärt dir wie. Ich vernetze nicht nur meine Mandanten untereinander, sondern ich vernetze sie auch mit potenziellen Arbeitgebern für einen Jobeinstieg oder auch für studentische Praktika. Bist du bereit, deine Zukunft in die Hand zu nehmen? Dann freue ich mich auf deine Anfrage. Vielen Dank.